Ich bin der Ralf Pusch, der Puschers vom Club E31 e.V. Wir sind der BMW 850 Club. Wir sind weltweit engagiert, um das Image des schönsten Coupés der Welt aufzupolieren. Wir haben hier auf der Messe unsere Fahrzeuge ausgestellt, damit jeder sehen kann, was für ein schönes Auto das ist. Wir haben also weltweit Mitglieder, die uns auch unterstützen mit verschiedenen Accessoires, die sie uns für die Messe zur Verfügung gestellt haben. Wir sind das zweite Jahr hier, was dieses Jahr uns so bringt auf der Messe. Der Verein hat mittlerweile über 250 Mitglieder. Wir sind, wie gesagt, weltweit tätig und sind der bei BMW akkreditierte Club und haben auch hier von BMW Rückendeckung. Die unterstützen uns also auch bei unseren Auftritten etwas und sind auch auf anderen Messen auch mit BMW zusammen an der WX. Also der Club hat auch eine Internetseite für die Interessierten, die sich mal einlesen wollen. Die Seite ist die www.club.e31.de zusammengeschrieben. Dort kann man sich kostenfrei einfach mal informieren. Es gibt dort eine Liste zum Beispiel, wie wenn ich mir einen Achter kaufe, was muss ich beachten. Wir haben Reparaturtipps für unsere Mitglieder zusammengestellt, von den Mitgliedern, für die Mitglieder. Ja, und da kann man dann mit den Tipps und Tricks sich ein Fahrzeug zusammenbasteln, das ungefähr so aussieht wie meins, in dem jetzt sehr viel Technik drinsteckt. Das ist ein 850 CSI, Baujahr 1994. Ich habe mir eine Bicolor-Lackierung spendiert nach einem Vorbild der MGmbH und habe mir ein bisschen Sound integriert, möglichst unauffällig und ein paar Monitore, die man auch nicht immer sieht, weil mein Junior wollte nie mitgehen auf die Treffen und da musste ich ihn dann halt locken. Und ja, es macht halt sehr viel Spaß, ein 850 zu fahren und er macht auch nur Spaß, wenn man fährt. Ja, und anmelden kann man sich bei uns als Clubmitglied natürlich auch. Diese Unterlagen kann man direkt auf der Clubseite unter Clubinfo abrufen und da kann man dann mit dabei sein und sich auch engagieren auf den Messen oder auch auf Treffen, die jetzt regelmäßig stattfinden. Ich wünsche allen noch viel Spaß hier auf der RetroKlassics in Stuttgart und auch auf den nächsten Messen, die werden ja auf jeden Fall stattfinden. Und ja, wir sehen uns irgendwo auf dem Achtertreffen oder im Verein. Bis dann!